Eiszeit in Europa. Nach einer sehr kalten Nacht unter minus 20 Grad beginnt so langsam meine Wasserstelle zuzutreten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist das? Ein sehr sonderbares Eisgebilde hat sich hier am Rande der wilden Gera gebildet. Es entspringt eine Quelle oder ähnliches das Spritzwasser. Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020